Feindlicher Angriff! Verstärkt die Deckung! Schlagt sie zurück! Sie sind überall! Haltet durch, Männer! Haltet durch, Männer! Kommt hier! Sie sind überall! Schließt die Reihen! Auf meinen Kommandos! Ach, nicht doch! Haltet durch, Männer! Hier, sofort! Versucht's nur! Schlagt sie zurück! Wir ziehen uns jetzt erstmal zurück! Jetzt kann ich ja den Moment nutzen, um meinen Mage auszutauschen, äh, meinen Feindlicher Angriff! Heiler auszutauschen! Auf meinen Befehl! Auf mein Kommando! Auf mein Kommando! Haltet durch, Männer! Ohne Ruft! Auf meinen Befehl! Hier! Sofort! Verstärkt die Deckung! Versucht's nur! Schließt die Reihen! Versucht's nur! Verstärkt die Deckung! Verstärkt die Deckung! Verstärkt die Deckung! Geht so in Gefahr! So, rüsten wir weiter! Sie sind überall! Geht so in Gefahr! Stich macht die weiße Magie! Feindlicher Angriff! Kriegst du halt so einen! Ja, Feinde! So, dann schwören wir dich mal! Auf mein Zeichen! Schnell! Und los! Mir nach! Jetzt müssen wir uns mal kurzes Stück weiter zurückziehen! So, was bist du für eine Tour? Kannst... Aura des Lebens, göttlicher Zorn und Heilung! Alles klar! Äh, na... Nicht so gute Idee! Ich weiß nämlich nicht, ob... Unverzüglich! Die Trolle wieder... ...da sind, wo sie hingehören! Sind sie nicht! Gut! Stehe bereit! Ja, jetzt kommen Skelette wieder aus dem Lager raus! Plünderer, okay! Die Skelette hier werden stärker! Und ja, ich muss halt wirklich warten, bis die Trolle da weg sind! Die Rune befiehlt! Zu euren Diensten! Alles klar! Unverzüglich! Greift sie an! Das bereust du! Schließ die Reihen! Geht so in Gefahr! Was wünscht die Rune? Die Kauwärts! Krieger! Versucht's nur! Halte durch, Männer! Stehe bereit! Auf dem Weg! Für das Licht! Das bereust du! Schlagt sie zurück! Die Skelette, die hier runterkommen, sind zum Glück nicht so stark. Geht so in Gefahr! Geht so in Gefahr! Halte durch, Männer! Schlagt sie zurück! Die Rune ruht! Zu Befehl! Alles klar! Na kommt schon, Mukwa will, dass ihr wieder schlafen geht! Auf meinen Befehl! Geht so! Was wünscht die Rune? Zu euren Diensten! Verstanden! Zu euren Diensten! Die Rune ruft! Was? Vor allem, ich brauche wieder Heilung! Stehe bereit! Wenn ich hier wieder alles kaputt mal knorren würde! Das heißt, ich sollte wenigstens das Zweideck-Kumpen mal ausschalten! Oh, sehr schön! Die gehen zurück! Zu Befehl! Verstanden! Hier! Sofort! Bereit! Folgt mir! Zur Ehre Aonius! In den langen Gegriffen! Vorsicht! Gegner! Und ja, noch ein Level-Up zu haben, wäre nicht unverstanden! Zu Befehl! Verstanden! Für die Rune! Kommt her! Das bereist du! Runenkrieger zu mir! Fahrt mich doch! In die Schlacht! Für die Freiheit! Wir werden angegriffen! Auf mein Kommando! Schnell! Mir nach! Vorwärts! So, du könntest dich mal beeilen! Vorwärts! Schnell! Können wir nämlich jetzt nochmal zum Angriff übergehen? Vielleicht reichen die neuen Stärkenland-Skeletten, die da respawned, sind ja aus. Dass ich mit diesem Durchgang, äh... Zur Ehre Aonius! Versucht's nur! Verstärkt die Leckung! Vorsicht! Schließ die Reihen! Ohne ein Krieger zu mir! Was wünscht dich dem Weg? Feindlicher Angriff! Alles klar! Das ist ein Hinterhalt! Verstärkt die Deckung! Die Linien müssen halten! Feindlicher Angriff! Verstärkt die Leckung! Verstärkt die Deckung! Verstärkt die Deckung! Vorsicht, Gegner! Hier, folgt mir! Zur Ehre Aonius! Versucht sie zurück! Versucht's nur! Kommt her! Halte durch, Männer! Okay, reißen sie jetzt mal einen ein. Schlag sie zurück! Bereit! Kommt her! Die Rune ruft! Verstärkt die Deckung! Verstärkt die Deckung! Sie sind überall! Auf meinen Befehl! Folgt mir! Kämpft, Männer! Geht so in Gefahr! Folgt mir! So, und wieder zurückziehen! Oh, du auch! Bereit! Folgt mir! Du auch! Erstmal wieder Rückzug machen. Vor allem könnte ich da eine schwere Kriegskunst auf 6 bringen. Oder die Axt tragen, auch wenn Äxte nicht so mein Ding sind, aber... Der Damage da ist schon recht gut. Mugwa-Groß! Mugwa-Weise! Mugwa-Machen-Bäuche voll! Was wünscht die Rune? Wir Mugwa-Dienen! Großer Mugwa! Großer Mugwa! Sie sind überall! Achso, jetzt spawnen erst mal wieder die, die hier runterlatschen. Gut, ein oder zwei so Durchgänge noch. Verstärkt die Deckung! Eine Skelett, Wache, okay. Was bereust du? Zu euren Diensten! Verstanden! Ah, fein! Schließ die Reihen! Zu Befehl! Sie sind überall! Vorsicht, Gegner! Vorwärts, Krieger! Die Rune befiehlt, unverzüglich! Also ja, das gibt gute Erfahrung. Also ich denke, das Level kriegen wir hier noch bei denen. Da wäre ich voll zufrieden. Da hätten wir auch schon... Na okay, 13. Ich dachte, wir hätten 14 dann. 14 wäre etwas übertrieben, denke ich mal. Ja, und die Rune haben wir umsonst gekauft. Schlagt sie zurück! Sieht eigentlich fast schon so aus, als ob wir wieder angreifen könnten, als ob alles wie spawnt wäre. Sofort! Auf meinen Befehl! Kämpft Männer! Geht's um Gefahr! Zu Befehl! Halte durch, Männer! Schlagt sie zurück! Schließt die Reihen! Schließt die Reihen! Sie sind überall! Sie sind überall! Verstärkt die Deckung! Verstärkt die Deckung! Die Linien müssen halten! Feindlicher Angriff! Halte durch, Männer! Versuchts nur! Das ist ein Hinterhalt! Sie sind überall! Also ja, diese Skelett machen und so. Sind stark. Feindlicher Angriff! Halte durch, Männer! Versuchts nur! Das ist ein Hinterhalt! Schlagt sie zurück! Sie sind überall! Kommt her! Rodenkrieger zu mir! Verstärkt die Deckung! Dann feindliche Männer! Vorsicht, Gegner! Halte durch, Männer! Geht's um Gefahr! Sie sind überall! Sie sind überall! Sie sind überall! Feinde! Vorsicht, Gegner! Auf meinen Befehl! Verstärkt die Deckung! So, schnell! Noch einmal zurückziehen! Sofort! Ich würde aber sagen, wir speichern dann hier erstmal! Machen bei der nächsten Aufnahmesession noch den letzten Fitzel! Weil es klappt relativ gut! Es gibt auch relativ gut XP! Von daher möchte ich das ausnutzen! Ja, aber erstmal speichern wir hier! Let's play! Und dann machen wir einen Cut! Und sehen uns gleich wieder! Bis zum nächsten Mal!